So, ja, willkommen zu einem neuen Stream, zu einem neuen Part, mit Little Nightmares, es ist Mittwoch und die streamen wir weiter, Little Nightmares im Live Let's Play und ich muss euch sagen, ich habe im letzten, ich habe im letzten Part, im letzten Stream was versprochen, dass ich, dass wir uns wiedersehen, wenn ich das hier geschafft habe, aber dass ich das Offscreen mache, es tut mir leid, ich muss das Versprechen brechen, ich kam in Offscreen mit zum Spielen, wir müssen das heute hier weiter machen und heute versuchen, hier an dieser Stelle weiter voranzukommen, aber wir schaffen das heute, wir kommen heute ein bisschen weiter und wir versuchen uns heute hier mal wieder, dann wird es hier wieder ein paar Wage-Krits geben, also ein paar Wages ohne Krit hoffentlich, dann hoffe ich, dass ich das irgendwie heute mal schaffe, ein bisschen auf die Kiste zu kommen, naja, mal schauen, da wird hoffentlich heute kein, keine eine Stunde auf dieser Theke rumhängen Part, das schöne Secret dort haben wir schon im letzten Part, im letzten Stream mitbekommen, ich denke, eine kleine Zeichnung von Six, jetzt müssen wir hier mal ein bisschen verdammt bekäftigen, ich kriege die Route nicht ganz gebacken, es ist, ja, da muss man auch exakt die Route langlaufen, damit man von den Kollegen hier nicht gegriffen wird, es ist wirklich ein bisschen mühsam, dieses Rätsel hier hinzukriegen, kann man das Rätsel nennen, das ist weniger ein Rätsel, jetzt ein Geschicklichkeitsding, also wie man langlaufen muss, ist ja eigentlich schon relativ klar, und ja, man muss halt nur aufpassen, dass man nicht vom Weg abkommt, also prinzipiell könnt ihr euch die Strecke schon einzeichnen, dass wir, wenn ich da ein Tool für hätte, und ich das dort einzeichnen, so ein Ding ist das nicht, ach ja, was ich heute noch probieren wollte, können wir gleich mal machen, nach dem nächsten Tod, und zwar genau jetzt, ich habe ja die Complete Edition, deshalb habe ich auch, da, jetzt habe ich eine andere Kapuze um, spiele ich heute mal eine Runde mit dieser Vogelschrecke, ne, ich habe den, ich kriege den Namen nicht zusammen, ihr wisst, was für mein Scarecrow auf Englisch, den nächsten Parts dann, äh, im nächsten Stream dann einmal mit dem Topf drauf und dann, dass wir das mal ausprobiert haben, verdammt, damit ich das mal gezeigt habe im Let's Play, die Extras, ein weiteres Extra kommt dann noch im Anschluss, wir sind jetzt hier bald mit der Story zu Ende, und dann gibt es noch eine kleine DLC-Story, ja, klein, weiß ich nicht, dann gibt es noch die Abente von dem Jungen, kann man das Ganze nochmal aus der Perspektive von dem Jungen betrachten, das machen wir direkt danach, ja, hier erstmal überlegen, erstmal durch, ach verdammt, ich werde hier heute wieder, wahnsinnig, ich habe es aufs Kleiner noch nicht geschafft, ja, wir haben da den letzten Stream schon erfolgreich mit gefüllt, tut mir nett, dass ihr euch das jetzt mit anschauen müsst, aber wie ich hier scheitere, ja, mitgegangen, mitgefangen, so heißt es ja so schön, da muss ich an der Flasche lang, so ein bisschen schräg, man weiß auch nie, wann man von wem gegriffen wird, das ist so ein bisschen, vielleicht müsste ich da mal drüber sprinten, vielleicht wird man da besser zurecht kommen, ja, würde ich wahrscheinlich nicht besser zurecht kommen, wenn ich so schnell reagieren kann, können wir mal ausprobieren, ob die so schnell genug sind, dass sie meinen Sprinten aushalten, und los hier, nein, tatsächlich nicht, sprinten, ach, ist hier die Lösung, wenn man nicht direkt in die Finger reinrennt, versuchen wir es mal mit sprinten, ist eine Lösung, gut, Sekunde, ich muss mal kurz was, so, da muss man hier gerade mal was regeln, so, hier, kleinen Handgriff machen, so versuchen wir mal jetzt damit sprinten, das hat scheinbar gerade schon sehr gut geklappt, Stunz-Taste und los, nicht direkt reinrennen, dann klappt das vielleicht auch, sehr gut, da sind wir drüben, sprinten ist die Lösung, so geht das sehr gut, so geht es hier nicht, ach du Kacke, ja, da jetzt nicht runterfallen, dann darfst du das gleich nochmal machen, wir müssen rüber ins Gitter, und uns da hochklettern, uns da hochklettern, ok, ja gut, jetzt kommen wir auf jeden Fall leichter voran, mit dem Sprint Knopf, sprinten ist ja schon mal wirklich die Möglichkeit, so schnell können die sich da nicht bewegen, bloß jetzt nicht direkt die Finger, so zum Beispiel nicht, nicht direkt in die Griffe reinrennen, dann geht das klar, wenn man so halbwegs mittig durchrennt, haut das hin, gut, ich hoffe, es erstickt nicht in ihrem Kartoffelsack, den sie über den Kopf gezogen hat, Vogelscheuchen, Kostüm, so, Sprinttaste, und let's go, fast, haarscharf vorbei, so, sehr gut, das schaffen wir mit dem Sprinten doch recht gut, jetzt müssen wir noch das Springen hinkriegen, da rüber, und hopps, na sehr gut, bin jetzt hoch da, da kommen wir doch jetzt schon, nach wenigen Minuten weiter, hier mal voran, da ist der nächste Tisch, die nächsten gefräßigen, und hopps, springt, nein, 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 verdammt, da muss ich ein bisschen nach links springen, bin ich hier gestorben, bin ich einmal runterfallen, aus zu höher, aus zu höher, Höhe, aus zu hoher Höhe, ja, gefallen, so, Sprinten, nein, du kriegst mich heute nicht, so, sehr gut, das kriegen wir schon locker hin, da keine Hürde mehr, so, und jetzt den Sprung noch hinkriegen, und das wäre ideal, wenn wir jetzt hier hoch, und nicht sterben, okay, hier gibt es auch noch ein Gitter, sollte man vielleicht, auf das Gittern lang, wir sollten vielleicht auf den Essenswaren, dort drauf springen, ob wir das mal hinkriegen, na komm, und, 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 da sind wir drauf, okay, und jetzt noch rüber, jahoo, das geht auch super, so, jetzt hier mal nicht sterben, jetzt müssen wir das Ganze nochmal von vorn machen, so, wo kommen wir jetzt hier weiter, wo geht es voran, okay, müssen wir hier mal drüber klettern, ich hoffe nicht, ach du scheiße, immer lang gesprintet, wir müssen tatsächlich hier lang, sehr gut, sehr gut, das war ja ideal, fast verkackt, aber halt nur fast, fast heißt eben nicht, oh, ja, ja, Hilfe, kommt der hier längst, oder was, ähm, verdammt, können wir den Flasch auf den Kopf werfen, ähm, was machen wir jetzt hier, tja, wenn das der Plan gewesen ist, eine Flasche auf den Kopf zu werfen, dann ist der jetzt, ähm, auf die Kiste vielleicht, und dann, ähm, auf ihn drauf, oder was, das halte ich aber für riskant, das war ein Safe-Point, das heißt, das funktioniert, ich verstehe was gewollt ist über den rüber und dann dadurch dass wir die drucken-taste bedrücken bedrücken alles klar hier gab es ein safepoint dann holen wir uns nicht mal her kleiner vorsprung tja da kommst du nicht durch so da muss ich jetzt mal und hopps und jetzt los hier die ganze zeit verlieren was denn nicht stehen bleiben was bleibe ich denn da stehen ach das ist doch so schwer ist das aber nicht das kriegen wir gebacken so die sichtweite des teams kommen jetzt haben wir noch zeit zurückzukommen das ist nicht die sache für die die neu dazugekommen sind heute hier als scarecrow 6 fast hatte mich nicht da hat er mich nicht ich war schon hinter ihm ihr habt es gesehen ja ich nutze heute mal das kostüm was es im dlc gab für diesen abschnitt hier schluss schnell wieder zurück hier wieder ein fangen spiel zwischen gast und six das sind hier so gäste von wo man hier irgendwie eingeladen dass sie gemästet werden können jetzt marsch ich denn hier verdammt ich krieg die sprint-taste nicht gedrückt bin zu nah am arschig die sprints-taste zu drücken so hier klappt doch alles hier gehe ich das doch hin mit der sprints-taste so zurück hier du musst die sprints-taste nicht loslassen und bleiben wir stehen und das ist hier herrlich blöd so sprinten springen und dann sprinten über ihn drüber so ich muss mich ja nur nicht so festhalten also nein 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 so den guten vorsprung nutzen ich war doch schon da drunter hier ja mei meine frasse ich war schon drinnen ich war schon drinnen ich war schon drinnen hier mal springen hier mal springen und dann los hier über seinen fettelkörper drüber und die drück-taste verdammt man verdammt man na komm bitte ich war doch durch ich war durch ich war durch ich war durch Untertitelung des ZDF, 2020